In Excel gibt es die Möglichkeit, sich eine Menge Schreibarbeit zu sparen, indem man die Funktion Autoausfüllen gebraucht. Das heißt, man gibt hier einen Begriff vor, wie zum Beispiel die Monate, angefangen mit Januar. Ich brauche jetzt also hier in den folgenden Zellen nicht weiterschreiben. Es genügt, die Zelle anzuklicken. Dann bewege ich den Cursor an die rechte untere Ecke, da wo auch dieses kleine schwarze Quadrat zu sehen ist. Wenn das der Fall ist, verwandelt sich der Cursor in ein schmales, schwarzes Kreuz. Dann halte ich die linke Maustaste gedrückt und dann kann ich die Monate nach unten aufziehen. Wenn ich jetzt hier sogar ein drüber gehe, mehr als 12, dann fängt das Ganze wieder mit Januar an. Ich lasse die linke Maustaste los und schon sind die Monate hier aufgelistet. Das Ganze funktioniert auch abgekürzt, also die Zelle anwählen, wieder rechts unten mit dem Cursor hingehen, linke Maustaste gedrückt lassen und nach unten ziehen und die Maus wieder loslassen. Das funktioniert auch mit den Wochentagen. Wo es nicht funktioniert auf Anhieb, das ist, wenn ich jetzt nur eine Ziffer drin habe. Hier wird diese Ziffer nach unten kopiert. Wenn ich möchte, dass die Zahl hier entsprechend aufsteigend runterkopiert wird, dann muss ich das entweder so machen, dass ich also zwei Zahlen vorgebe. Dann muss ich auch zwei Zellen markieren. Wenn ich das Ganze dann nach unten kopiere, dann wird die Reihe fortgeführt. Oder ich halte zusätzlich die Steuerungstaste gedrückt. Dann erscheint auch am Cursor ein kleines Plus und kann ebenfalls die Zahlen aufsteigend formatieren. Das Gleiche funktioniert auch mit großen Zahlen. Hier kann ich ebenfalls wieder die Einerstellen und Zehnerstellen füllen, ohne dass jetzt gleich auf 200, 300, 400 kopiert wird. Das Gleiche funktioniert auch mit dem Datum. Hier werden die Tage fortgeführt. Und ich kann auch rechnen lassen. Also ich kann hier immer die doppelte Menge, das heißt hier in dem Fall immer plus 2 dargestellt. Also plus 2, plus 2, plus 2. Beim Doppelten funktioniert es leider nicht. Vielleicht kann man in die Kommentare jemand reinschreiben. Warum nicht? Weil wenn jetzt hier die 16 käme, dann komme ich auf dezimale Zahlen. Das Gleiche funktioniert auch waagrecht. Ich kann hier auch entsprechend auffüllen und mit den Wochentagen funktioniert dies ebenfalls. Man kann nicht nur Reihen ausfüllen, sondern auch Formeln entsprechend kopieren. Also wenn ich jetzt hier entsprechende Zahlen habe, einfach mal ganz fiktiv. Ich möchte die beiden miteinander verrechnen. Also ist gleich diese Zahl hier, mal diese und bekomme diese Zahl raus. Und jetzt kann ich hier entsprechend diese Formel, die oben enthalten ist, ebenfalls nach unten runter kopieren. Dazu brauche ich die Ergebniszelle. Und wieder das gleiche Schema. Ich kopiere sie nach unten. Und das Produkt, das jetzt hier oben herausgekommen ist und auf die Zellen daneben sich beziehen, das funktioniert hier jetzt ebenfalls. Es bezieht sich dieses Produkt auf die Zellen daneben. Ebenso diese Zelle hier. Da werden diese beiden Zellen miteinander verrechnet. Und jetzt ist diefunktion. Untertitelung des ZDF, 2020